so und da sind wir da los geht's super mario für die welt stimmt das hat mir dazu sagen reise per glas wir müssen das spiel bringt es in drei stunden fertig haben ich habe das schon eingeplant dass ich das hier hochladen wäre schön dass ich da auch voll rein schließen konnte wofür ist das denn da oben ich werde jetzt erst hochgegangen ich glaube das ist eh besser hier jetzt auch hier durchschießen können Ja, das hatte ich auch ausspürlich versucht. Das gab ja doch dort. Das habe ich eben versucht. Und dann hat er den Schaden zugeführt. Dankeschön. Kann man denen das anhaben? Nein, nicht mit Feuer. Bleib hier oben, ne? Du das. Die Peiniger. Sarah. Und... Ja, danke. Nice. Nur hoch. Nein, noch hab ich gesagt. Ich geh hier hoch. Okay. Brauchen wir noch Fett? Ja, eine können wir mitnehmen. Sonst würde ich die eine noch nicht mitnehmen. Aber... Kann man leider nicht nachher schießen. Doch, komm mal. Was? Da unten ist man? Das ist jetzt gerade... Okay, mehr nicht. Waui. 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 Ja genau, ich durfte nicht mal auswählen. Warte, ich durfte nicht auswählen. Du machst den hinteren, ich nehme den vorderen, ich wollte den vorderen nehmen. Ich nehme beide. Ich kann auch nicht auswählen, ob ich jetzt raus will oder nicht. Der wird mich automatisch wieder da reinwerfen. Den Traum müssen wir, glaube ich, noch. Müssen wir nicht. Was macht der für Geräusche? Keine Ahnung. Der ist ja einfach hier. Der ist echt, einfach hier. Lass auf die Oberkohle. Ähm, nein. Ich würde sagen, 30 machen wir Schluss. Wie spät ist denn? 13. Wo ist der Stempel? Gut, Frage. Ich glaube, den haben wir nicht. Ah, so knapp. Ja, der ist perfekt. 120 einfach. Ja. Dort oben ist wieder was. Ist es? Ja. Okay. Das sieht so aus. Schon. Wohin führt das? Schon wieder. Noch ein zerscheckte Feuer, Bruder. Wenn du die jetzt tötest, würde ich einfach immer noch die Krone aufhaben. Feit die Zeit. Feit die Zeit. Das sind keine Feuer, Bruder. Das ist ein Hammer, Bruder. Und das da hinten. Und das war... Hubergang, Bruder. Hä? Ich hab den geholt. Ja. Ich glaub, das hab ich gewonnen. 5 Sekunden. Easy. 13 Sekunden. Green LP. Da fühlst dich jetzt cool, ne? Wenn du weniger Sekunden hast hier, ne? Nicht schwer. 17 Sekunden. Kleiner Mario. Der fühlt sich echt cool. Ey, da stand grad Pedissel. Wusste nicht, dass Paluten das auch spielt. Tja, scheinbar schon. Gibt's dafür was? Oh, hat sich voll gelohnt. So. Stellen haben wir sowieso schon zum Abwinken. Rein ins Gruselhaus. Wow. Schönes Desktop-Muster. Will ich auch haben. Ja. Die verwunschene Flotte. Das ist ein Haus. Da ist eine Flotte. Warum war da dein Haus? Du musst mal rein. Vielleicht ist hier irgendwo was. Wo wusten? Ja. Geht einfach rein. Hey, da ist ein Boni. Ich lauf jetzt erstmal über die Planken. Es kann auch nicht sein, dass hier wirklich nichts ist. Du hast zwei die Planker. Du hast auch gemacht. Ja. Ja. Hab ich auch gemacht. Da ist wohl frei. Nun kommt das auch inränke. Ich hab nicht die Flotte geholfen. Ganz geholfen. Die Sü Spielern! Ich hab nicht hier. Ja. Das war schon. Was ich ganz wichtig. Warum bist du eigentlich so fast gestorben? Wir sind da drin. Nichts. Nichts. Schade. Hey, der geht da gar nicht rein. Der schluss. Betrug. Von Ehemwasser. Okay. Dann auch mal ein Geist-Crash. Egal, ich verstehe. Wieso nicht? Verdammte. Das ist doch super, du hast einen Stempelprobe, den ich hast. Gadi. 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 Kann das mal... Klasse, diese Geistenkreise. Ah. Ah. Ja. Gerühr mich. Darunter. Gerühr mich. Ich glaub, das bringt nix, wenn ich dich noch mal bübel, oder? Doch, aber ich glaub, die Zeit wird immer kürzer. Hä? Kann ich mal kurz... Ich hab mal kurz nicht gesorgt. Da hab ich doch was gesehen. Wow. Wow. Das ist auch genau dort, wo wir eben draufgeguckt haben, ne? Ja. Ich weiß, dass wir hätten hier komplett nicht lieber springen können. Ich denke... Da ist der Stern. Ja. Jetzt ist er einfach so ein Fake-Stern. Das ist was gewesen. Ich mag sowas nicht. Was hat der Buhu gegen dich? Ich weiß nicht. Ja genau, und er trifft mich dann. Oh, Bullis. Ich glaub, das ist hier der Kampf. Den man machen muss irgendwie. Oh. Guter Kampf. Gibt's noch Rorsch. Ich müsste den auch drauf springen, wenn wir nochmal gegen ihn durch springen. Guter Kampf. Ja, was es ist... Oh. Oh, wasser? Oh, wasser? Oh. 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 Oh, wasser? die sind sogar nass weiter geht es eine blume ohne katzenlocke geht nix also außer jetzt diese dieser fahrenden mast der waren jetzt so blöd den irgendwie ist das hier unbequem ach das geht schon secret level wenn man das direkt vor uns sitzt kein secret steht aber kein secret das haus der tausend eine floßfahrt im dschungel das ist nicht eigentlich cooler aber ich will das hier sehen wir haben genug zeit für beides tatschkrieg auch das licht aus wo 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 Und... Wow! Ein Filz! Wow! Hä? Das soll mich aufhalten? Okay, das hält mich auf. Ich spring die ganze Zeit auf den Ort. Das hier. Ich geb den Bild. Ich geb den Bild. Mhm. Hä? Hm. Natürlich. So wichtig sind dir die Punkte jetzt auch? Na gut. Kannst du den Gong schlagen? Oh ja! Warum ist hier noch kein Stern? Ja. Ja. Oh. So. Oh. 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 Komm, du hast schon die Krone. Die hast du ja auch schon. Jetzt kann ich wenigstens das Ding hier haben. Werf mich halt da rein. Okay. Oh. Okay. Ey, du hast einfach runterkommen. Cool. Ich trau dir nicht. Die gehen ja eh nicht so hoch. Das ist ein Stern. Ähm. Möchtest du auch so'n Tag? Hm. Einfach schon aufs Prinzip, weil dieses Herz will ich's nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr modisch. Aua. Hier ist ein Ding für dich. Ein Dome-Rank. Wie sieht das für Japan aus hier? Gut war da unten. Noch so'ne... Schlüsselmünze. Hm. Hm. Komm. Keine gute Idee. Hä? Kann das auch so machen? Na ja. Wegen-Touchscreen-Türen. Wo sind die tausend-Touchscreen-Türen? Frage. Ich hab' da oben gegen vor'n... Ich kann das Tell auch stehen lassen. Ja. Ja. Weißt du gar nicht. Ich hol' halt einfach trotzdem weiter. Die sind vorbei. Mhm. Ja. 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 Ah, hier ist der eine Typ von hier. Oh, heile. Das ist doch der Stempel. Oh, ja. Hä? Oh, Cheep Cheep. Warte. Die steht hier doch nicht wie sonst, oder? Ich glaub, es ist einfach nur so'ne... ...japanische Dekoration, so'ne Peifisch auf'n Dach zu haben. Das ist ein Cheep Cheep. Wo bin ich? Ah! Jetzt wissen wir wenigstens was passiert, wenn man da fliegt. Woohoo! Woohoo! Stempel? Du magst Hunde? Check The Dog Walker auf Facebook. Krieg' ich dafür Geld, dass ich das vorgelesen habe? Ja, aber stimmt. Das schreibe ich dem jetzt auf Facebook. So, wir haben noch Zeit für ein Level. Das schreibe ich halt echt einfach auf Facebook hin. Ja, ich hab' Werbung für dich gemacht, krieg' ich jetzt Geld. Mhm. Das ist nicht für uns sonst meine Dienste. Wir könnten sogar den noch machen. Ja, wir können auch noch den Level da oben noch machen erstmal. Ja, das machen wir sowieso, aber den könnten wir auch noch in dieser Folge. Könnten wir auch noch in dieser Folge. Dann wären wir bei 22 Minuten, glaub' ich. Eine Flussfahrt in June. Ist nicht Fluss? Oh, das ist ja mal eine epische Musik schonmal. Warum hab' ich das Gefühl, dass wir gar nicht auf dem Fluss fahren? Wauwauw. Also wenn wir dort oben sind, fahr' aber auf jeden Fall nicht auf dem Fluss. Alles klar. Hm. 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 Okay, vielleicht sollten wir da nicht hoch. Allein schon, warte. Weil da Feuer ist. Und diese Trapez-Sachen. Hat super funktioniert. Okay, wo hast du denn deinen Katzenanzug gelassen? Ah, ich wurde von einer Klanze getroffen. Wie wir jetzt halt einfach ohne... Ich bin hinter dem Teil hergesprungen. Wie wir ohne Fluss weitermachen. Ja. Ey, dahint ist noch eins. Ich glaub, hier kommt immer regelmäßig Floße lang. Floße? So nah und doch so fern. Das war so easy. Waui. Guck mal mit deinem ziemlich komischen Weg der Artikulation. Wär schon, was ich meine. Hm. Ist das eigentlich ein Autoscore-Level? Oder kommt mir das nur so vor? Hm. Wollen wir dann zurückkehren und noch den Sternen nehmen? Hm. Hier würde Feuer echt mehr bringen. Das kann ich nicht anhalten. Nein, kannst du nicht. Okay, dann... Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich fände ich einfach kaum. Wer haben wir jetzt? Waren da gerade Räder unten drunter? Aber was soll das denn? Da sind Räder unten drunter. Das ist ja Fake. Das ist gar keine richtige Floß-Tier. Das ist ja wie in Disney Land. Hoho. Ich steh mir auch vor, du kletterst da gerade hoch. Und dann wird er dir sagen, nee, jetzt ist vorbei. Du fliegst einfach direkt weg. So. Punktzahl. Awww. Verbrennt ihn. Horsch. Okay. Okay. Das war ja klar. So. Wir haben definitiv noch Zeit für ein Level. Also für den Ding da unten. 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 Der Bulli. Aus dem Weg, Bulli Prinz. Aus dem Weg, Bulli Prinz. Bulli Prinz. Bulli Prinz. Fahrrad. Coft! Boah! Beine. Pfeinen. Er, riskiert,? Und es hat ihr da knackt. checkiert eure Musik zu schauen! Ich kriege den Ding mal weg. ich bin weggegriffen. der tut halt gar nix. verdammt. alles meine punkt. ich glaube selbst mit der krone jetzt nicht geschafft, weil ich den doppelt getroffen habe. 20 sekunden. auf dem ist kein fun mehr. ho ho. fetter tod. blechbüchse. lefwurz. wusste erst nicht was ich machen soll. doch dann wurde er ins rohr gezogen und ich habe es gescheinert. keine gute rechtschreibung aber tatsächlich mal ein vernünftiger kommentar. da gebe ich dir recht. ganz knapp. da gebe ich dir recht. wohin fällt das roh? ich weiß es nicht. und sehe dann aus. taste the rainbow mama fester. da gucken kinder. ja. ach komm da können wir auch hier drauf rein. das stimmt. ist ja eh geschenkt. das ist meine. Die schaue aber schelmisch rein. War eingeschlossen, müsst ihr mal vorstellen. Die schließt dann einfach die Tür ab. Musst du da so die ganze Zeit hängen. Ja. Die geht da hinten voll ab. Siehst du das? So, dann beenden wir die Folge oder wann musst du die Namen ansehen? Ich guck dir gerade. So zieht wohl was raus. Aber hier ist sonst kein... ...dingens mehr. Gut. Alles klar. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschiffen! Tschau!